Ja guck doch uns die ganze Zeit direkt an, wa? Kommt er von unten oder kommt er von oben? Fresse, Arschloch! Gut, den haben wir. Kommt noch einer von oben. So weit. Hütter! Komm jetzt her. Komm her. Komm her, hab ich gesagt. Trau dich, du Lappen. Da ist der! Oh? Schnellpastung. Ist mir egal. Nachladen. So, ich dürfte mich auch langsam mal wieder aufladen. Okay, das war relativ sinnlos. Okay, ich bin wieder aufgeladen. Gucken wir mal. Redet mit mir! Es gibt wieder Strom. Wir riegeln alle Treppen ab. Da ist... Meine Fresse. Hallo! Ich müsste doch irgendwie rauskommen können, oder? Ich gehe dir mal mal in Deckung. Grim, gehe zum Tresorraum. Lagebericht. Ich überwache Ihren Funk. Sie rufen ein Sondereinsatzkommando. Die werden das Gebäude Etage für Etage absuchen. Charlie, sag mir, was im Datentresor zu tun ist. Auf der Platte, die ich dir gegeben habe, ist ein Suchalgorithmus. Er sucht gezielt nach Daten über Sadiq und Blacklist. Es müsste alles automatisch kopiert werden. Müsste? Wird. Äh, wird. Okay, das macht mir auch kein bisschen Angst jetzt. Nein, nein. Sam, du nährst dich dem Tresorsignal. Zwei Möglichkeiten. Okay, leise durch das Kühlsystem unter dem Tresor. Laut, du gehst über das Terminal am Ende des Raums und knackst damit die Tresortür. Verstanden. Wir nehmen den leisen Weg. Je weniger von uns wissen, desto besser. Obwohl, es wissen eigentlich schon alle von uns. Tja, scheiße da. Okay, jetzt geht's auf. Wir sollten lieber rausgehen, bevor jemand den Aufzug holt. So, Munition am Start. Okay, relativ sinnlos, dass er mich nicht sieht. Schön. Ist auch schön versteckt. Bestens. Ein Gegner. Tür geht nicht auf. Hier irgendwo das Lüftungsschacht. Gut, wir haben hier nix. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Okay, gut. Warte mal. Bist du ein Lüftungsschacht? Du bist kein Lüftungsschacht. Bist du ein Lüftungsschacht? Du bist ein Lüftungsschacht, du bist aber zu klein. Lüftungsschacht, Lüftungsschacht. Da ist ein Lüftungsschacht. Na, wie komme ich da hin? Hier sehe ich auch keinen. Und was riecht mal wieder aus? Das ist Stromverschwendung und so. Kann ich ja nicht verantworten. Okay, wir haben hier keinen. Da oben gammelt er noch rum, okay. Sonst noch was? Jetzt ist ja nix mehr. Und jetzt? Ich weiß jetzt nicht zurecht, was ich machen soll. Ah, cool. Kriegt mir das irgendwas? Naja. Cool, das ist ein Licht. Aber es hilft mir jetzt nicht wirklich bei meinem Problem. Oder? Ah! Alter! Jetzt habe ich die dumme Waffe hier aufgenommen. Was soll denn? Was soll denn? Hä? Was zur Hölle? Okay. Von mir aus. Los, komm, Schnuffel. Komm her. Ja, komm, fein. Da kann wo plötzlich noch ein zweiter raus, Alter. Hey, ohne Witz jetzt mal. Warum? Komm her. Hä? Oh. Ha! Oh. Oh, shit. Ich weiß nicht, dass ich das machen kann. Okay, bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich hin soll. Da soll ich hin, okay. Könnt ihr hier hoch? Okay, das machen wir mal so. Gott, 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 Gott. Okay, sie wissen, dass ich da bin. Das ist gut, die teilen sich auf. Was soll immer du sagst, Schnupferchen? Gut, hat uns fast gesehen. Aber auch nur fast. Jetzt switchen wir mal die Seite. Die teilen sich nun gerade wirklich nicht richtig auf. Aber es sind nur noch die zwei, wie es so aussieht. Ich höre ein Fahrzeug, so eine Drohne. Hey, komm hin beim Suchen. Gehen wir. Beide da drin, ne? Er ist tot. Wie komm ich jetzt da am besten rein? Mann ausgefallen. Such den Gegner. Da ist er. Okay, jetzt gehen wir da rein. Okay, jetzt gehen wir da rein. Ich weiß nicht, warum der wahrscheinlich ihn gerade beendet hat. Weil ich ihn gerade in den zweiten getündet habe. Und der mir die Tür hier aufmachen wollte. Die müssen mir die Tür aufmachen, sonst bringt das nichts. Ja, du musst mich auch suchen. Du denkst, ich finde dich nicht. Ruhe, Verwarnung, Punition. Ja, ein anderes Moment, das war vorbei. Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Vollidiot, ey. Ich bin hier. Die machen mir die Tür nicht auf, diese miesen Schleunen. Die machen mir die Tür nicht auf, diese miesen Schleunen. Komm her. Mach die Tür auf. Scheiße. Wie komm ich denn da rein? Vielleicht von dem Hauptding da hinten. Warte mal. Wir versuchen es mal. Vielleicht kommen wir durch dieses Ding hier rein. Und einen Knopf drücken. Du musst das Gas ableiten, Sam. In der Nähe sollte eine Konsole für den Zugriff sein. Ja. Okay, ich habe es gefunden. Okay, versuchen wir es mal jetzt. Jetzt müsste es klappen. Was haben wir hier noch Feines? Ja, das sind eh noch die zwei. Passiert nicht mehr viel. Okay, da haben wir leider nichts. Aber jetzt müssten wir eigentlich durchkommen. Mann. Scheiße. Scheiße. hmmm Ziel im Auge behalten Hopp Hopp Ah Okay, das macht die Sache einfacher Der guckt mich ja direkt an der Arsch Der guckt mich Der guckt mich Da ist der